Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 4. März 2021, hier auf Nimmerland. Ja, 6.49 Uhr. Oh, oh, was Neues. Besuch auf dem Campingplatz. Oh, das hatten wir schon lange nicht mehr. Sehr schön. Danke, Melinda. Melida? Melinda. Ich glaube, Melinda. Ja, Leute, es ist 6.49 Uhr aktuell. Ich nehme das Ganze tatsächlich erst heute auf. Thomas. Denn ich habe endlich alle Items zusammen. Oh, Gilde war da. Ja, gestern war Gilde war da. Bin gespannt, was der uns gibt. Die packe ich mal hier alle, alle, alle schnell in meine Tasche. Denn es gab ein Update, Leute. Ein kleines Möbel-Update. Und bald gibt es, glaube ich, auch Amiibo-Karten wieder, soweit ich das sehe. Vielleicht schauen wir die uns auch an, wenn ich welche kriege. Und ich weiß auch gar nicht, wie teuer die sind. Ich weiß, dass man in einem Pack tatsächlich alle Möbel direkt hat. Aber das sehen wir dann. Das sehen wir dann alles. Genau. Ich habe gleich noch Homeschooling. Deswegen nehme ich das jetzt schnell auf, weil sonst habe ich keine Zeit, bis 15 Uhr das aufzunehmen. Und ich habe tatsächlich heute endlich alle Sachen jetzt. von dem neuen Update. Deswegen öffnen wir immer gerade mal schnell alles. Und dann geht es tatsächlich auch schon los. Aber bevor es losgeht, müssen wir noch ganz kurz das neue Rezept suchen. Ne, das ist ja sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig ist das sogar. So, was haben wir hier bekommen? Piratenstiefel. Uh, nice. Okay. Sehr schön. Ist Rainer da? Oder so? Ne, ist er nicht. Aber auf dem Campingplatz. Da gucken wir, denke ich mal, als erstes hin. Beziehungsweise gehen wir als erstes hin. Ne, ja, Leute, ne, die neuen Items, die werdet ihr erst nachher sehen. Ne, keine Angst, der Part ist da nicht so lang, ne, wie ihr seht. Könnt natürlich auch vorspuren zu den neuen Items. Gegenständen, Möbel, Kleidung. Oh, ein Bär, ne, tschüss. Sorry. Ne. Ne, kein Interesse. Würde mich ja auch nur über einen zweiten Campingplatz freuen, ne. Den hier müssten wir auch mal irgendwann hier umbauen, wo ich den jetzt so sehe. Aber momentan ist es ein bisschen schwierig mit Homeschooling und sowas. Heimlich, ne. Das dürfte aber niemandem erzählen. Äh, fange ich noch Shinies. Bei Let's Go. Neben dem Homeschooling. Weil in Let's Go ist es viel, viel schilliger. Da muss ich kaum was drücken, ja. Und, ja, da kann ich super noch währenddessen auf den Unterricht aufpassen. Und gestern habe ich zum Beispiel einen Shiny Taubos. Äh, Tauboga. Ne, vorgestern. Vorgestern habe ich einen Shiny Tauboga. Gestern war er Maute. Aber mir ist aufgefallen, dass in der Kanto-Region in jedem Gras irgendeine Taubsi-Version ist. Taubsi, Tauboga oder Taubos. Das hat mich ein bisschen genervt, weil ich wollte jetzt nicht 10.000 Shinies von Taubsi haben, ne. Na gut, na gut. Sonst, aktuell schaue ich, äh, Supergirl. Netflix hat die fünfte Staffel jetzt. Die fünfte Staffel habe ich zwar auch schon auf Amazon Prime Video gekauft. Äh, aber ich habe jetzt nochmal neu angefangen. Aber ich skippe immer ein paar Sachen. Ich weiß ja, was mir nicht so gefällt. Oh, Assisa ist da. Hm, ja komm. Komm, Assisa. Ich warte immer noch auf irgendwas Cooles, ja. Bisher habe ich echt nur Trash von dir bekommen. Äh, mysteriöse Tapete, bitte. Leute, ich warte, ich warte, ich warte auf meinen schönen Laptop, ne. Äh, Laptop. Auf meinen Rechner. Ich hoffe, der kommt noch vor April. Das wäre so mein Wunschdatum. Mein Wunschdatum wäre eigentlich heute. Oder schon vor zwei Wochen, als ich sie bestellt habe. Aber da stand ja auch, es kann bis zu 18 Tage dauern. Oder vielleicht sogar länger, wenn die Grafikkarte nicht da ist. Aber eigentlich stand da nicht, dass die Grafikkarte ausverkauft war. Bei der anderen stand es halt, ne. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob er irgendwann kommt. Und ich bin ja so ungelödig. Ich gucke ja jeden Tag bei Bruce's Box, ob der jetzt, äh, ob der schon abgeschickt worden ist oder nicht. Äh, wir bestellen uns aber auch nochmal neue Items. Ich werde es euch aber nicht zeigen. Und vielleicht habt ihr gerade schon was gesehen draußen. Vielleicht, vielleicht. So. We're coming. Ja. Bitte wählen Sie blablabla, Nook Shopping. Ich wollte mir nämlich erstmal die, den Pi-Kuchen hier bestellen. Damit ich den habe. Und dann wollte ich noch ein paar Pilzplattformen. Zwei. Und dann machen wir auch noch zwei. Ah ne, ich kann nur eine machen. Stimmt. Na gut. Ah ne. Ich hätte doch noch eine machen können. Ist egal, ist egal. Weil zusammen dann mit den Pilzrezepten, ne. Sieht das mit den Pilzen bestimmt cool aus. Ich muss mal hier meinen Wecker ausstellen. Ich war heute schon um 5.57 Uhr wach oder so. Hat mich ein bisschen genervt, weil ich wusste nicht, was ich machen soll. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich nehme einfach auf. Ich nehme einfach auf. Auch wenn wir jetzt schon 6.55 Uhr machen. Aber ich musste gerade noch ein paar Sachen machen. Ich war schon fleißiges Bienchen heute Morgen. Hihihi, Bienchen, hihihi. Ja. Wow. Was ist denn das Rezept, ey? Mann. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe doch keine Zeit. Ach ne. Sagt mir nicht, dass ich bei diesem kleinen Strand... Egal. Wenn es dort ist, dann gehen wir da gleich hin. Ich habe hier noch zwei Gemälde. Ich weiß nicht, ob wir die schon haben, aber es sind die originalen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, was der Herr Eugen zu uns sagt, ne. Und ich werde dich streamen, Leute. Ich glaube, das macht mir richtig Spaß. So, wie darf ich ihnen dienen? Ich werde was stiften. Oh, wow. Ich wusste, dass wir diese Kunstwerke schon haben. Das sind jetzt auch keine schönen Kunstwerke, dass ich sagen würde, komm, ich stelle mir die selbst ins Haus auf. Ne, leider nicht. Leider nicht. Ach, es gibt... Große, große Gerüchte, ne. Dass dieses Jahr eine Switch 4K rauskommen soll. Äh. Ach, hier war das gar nicht. Das war hier hinten. Ihr konntet das gar nicht sehen. Leute, fällt euch was auf? Hier ist eine Röhre. Ich hoffe, die klappt jetzt auch. Oh mein Gott, wo kommen wir raus? Wir sind zu Hause. Wir sind im Mario-Universum. Also, wir haben hier noch ein paar neue Möbel bekommen. Steinblock. Wo platziere ich den denn da hinten am besten, oder? Das stört dann, glaube ich, keiner. Ne, nicht Superpilz. Steinblock. Batsch. Hier, du kommst nicht vorbei. Äh, was haben wir hier noch? Superpilz? Ach, Mann. Ich hasse dieses Möbel-Eindingsen hier. Happy Home Designer ging das, glaube ich, besser. Ein Superstern. Oh, der ist echt cool. Ein Zielfall. Haben wir hier noch. Und ein Fragezeichenblock. Und da kommen auch Münzen raus oben. Das ist voll cool. Ah, guck mal, man kann die auch ändern. Das finde ich ja lustig. Was, mit dem Stern? Dreht er sich schneller? Ja. Oh, geil. Warte. Oh, wow. Warte, ich verkleide mich jetzt auch noch hier. Welche Mütze nehmen wir? Gibt's Waluigi? Ne, war ja klar. Waluigi? Egal, wir schauen uns aber alle an. Mario. Die Peach-Krone. Und die Wario-Mütze. Ah, Wario sieht schon gut aus. Und ein Luigi-Schnauze natürlich. Äh. Ein paar Mario-Schuhe. Führt uns noch irgendein Teil. Haben wir das ja an der Wand. Hier haben wir ein Peach-Teil. Ich glaube, ich habe die Kleidung doch noch nicht alle, oder? Ich glaube, mir fehlen noch ein paar Kleidungsstücke. Die Schuhe, die habe ich auf jeden Fall alle. Ne, warte, hierher hängt noch was. Ne, das gehört nicht zu Mario. Ja, ich glaube, mir fehlen tatsächlich nur ein paar Sachen. Okay. Auf jeden Fall das Peach-Light. Oh, schön. Ich bin jetzt ein Waluigi Peach. War Peach-Light. Ach ne, hier haben wir das noch. Okay. Das sehen wir auch mal direkt an. Fühl mich irgendwie cool. Irgendwie fühle ich mich cool. Wee. Hört auch lustig aus. Ding. Ding. Was machst du? Ach, der dreht sich auch. Und du? Ich finde es cool, dass das hier alles was macht. Ich finde die Pilze so cool, Leute. Und die Teleportation da ist auch mega geil. Ach, du bist schon cool. Du Stern. Naja. Du, 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 du. Ja, gut, Leute. Das wollt ihr euch nur zeigen, dass ich jetzt die Items alle habe. Ich habe das mit dem zweiten Account. Ne, ich komme nicht nach oben. Leil. Leil. Ich bin einfach nach hier oben geschwungen. Ja, egal. Ich habe kein... Ah, ich kann auch von oben runterspringen. What? 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 What, 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 what? Boah, ich bin impressed, Leute. Ich bin wirklich impressed. Warte, was machst du ein Level als? Oh, ich komme da gar nicht durch. Na gut. Geht mal weg. Okay, Leute. Das war es damit Animal Crossing für heute. Ich weiß, es ist ein kurzer Part. Aber ich hoffe, dass mein Rechner irgendwann... Kurzer Part, elf Minuten, hallo? Mann, Mann, Mann. Da beschwert man sich nicht. Okay. Bis dann, euer Kamilto. Viel Spaß. Tschüss.